Wir müssen einen neuen Ansatz für die Zukunft finden, denn es ist nicht ausreichend, die Grundprinzipien in unserem Verantwortungsbereich zu haben, in unseren Regeln zu haben. Wir müssen ein Stück weiter gehen. Wir brauchen ein rechtsstaatliches Prinzip in unseren Prinzipien, denn auf europäischer Ebene können wir die Regeln umsetzen. Wenn man Mitglied der Europäischen Union werden will, dann gibt es klare Kriterien. Dann geht es um die Rechtsstaatlichkeit, um unsere Prinzipien. Und wenn man schon Mitglied der Europäischen Union ist, dann gibt es die Möglichkeit, das in das tägliche Leben einzubinden und die Rechtsstaatlichkeit umzusetzen. Und das wird hoffentlich auch von dem Europäischen Parlament und von dem Rat auch unterstützt werden. Und das sind Werkzeuge, die wir haben, um das zu haben, um das im Leben zu haben. Wenn man darüber nachdenkt, dann hatten wir das ja bei der FPÖ auch und Österreich. Und da ging es darum, damit etwas zu tun. Und wo es auch um diese Rechtsstaatlichkeit ging. Und es gibt Möglichkeiten, wie wir das umsetzen können. Wir haben auch Möglichkeiten, wie wir mit Ungarn umgehen können. Und wir müssen sicherstellen, dass wir die Werte, die wir in der Europäischen Union haben, dass wir die auch überall umsetzen. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Denn wir haben viel auch über Migration gesprochen. Tun wir genug? Nein, überhaupt nicht. Es sind einige Ratsmitglieder hier in den ersten Reihen. Und ich muss Ihnen sagen, dass wir auf Ratsebene keine Ergebnisse haben. Das heißt, die Kamera ist jetzt auf die Ratsmitglieder. Nein, lieber nicht. Hier ist der Bürgermeister von Helsinki auch noch. Nein, wir lassen das. Wir sind uns alle einig, in den letzten drei Jahren seit 2015, wo es so viele Migranten gab, die kamen, haben wir keine Lösung auf europäischer Ebene. Und der Plan ist ganz klar. Die Europäer erwarten von uns, dass wir die Kontrolle über unsere Grenzen wiedererlangen können. Die Europäer möchten sich dessen sicher sein. Das Zweite ist, wir müssen uns auch solidarisch zeigen innerhalb der Europäischen Union. Wir können nicht sagen, das ist ein Problem Griechenlands oder der Türkei. Wir müssen Möglichkeiten zu bekommen, dass jeder beitragen kann. Das ist eine Herausforderung für alle, nicht nur für Südeuropa. Und der dritte Punkt ist, wir haben auch die Tragödie in Syrien, den Bürgerkrieg in Syrien. Und in den nächsten zehn Jahren gibt es noch ein weiteres Problem, das ist Afrika. Wir müssen eine gute Antwort finden. Wir brauchen einen Marshallplan für Afrika. Das ist eine Investition. Wir müssen uns darum kümmern. Das ist sehr wichtig. Jan-Christoph Nüse in Helsinki. In Deutschland sucht die CDU eine neue Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. In Brüssel, für Brüssel wird für die EVP ein Vorsitz gesucht, ein Spitzenkandidat gesucht. Wie steht es denn um die Möglichkeiten des deutschen Kandidaten Weber? Also die Möglichkeiten von Manfred Weber werden hier ganz gut eingeschätzt. Es ist eben so, dass doch erstmal die Deutschen auch einen großen Anteil haben an der Parteienfamilie der europäischen Christdemokraten. Sie stellen ungefähr ein Zehntel aller Delegierten. Und Manfred Weber hat auch Unterstützung aus anderen Staaten Europas, zum Beispiel aus Spanien, zum Beispiel auch aus Österreich. Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler, hat sich heute ganz klar für ihn ausgesprochen. Sein Gegenkandidat, Alexander Stuck, er hat die Skandinavier hinter sich. Und man wird sehen morgen bei der Wahl, ob das ausreicht. Aber die andere Frage ist eben, was muss denn überhaupt ein Spitzenkandidat der Christdemokraten können? Und darüber wollte ich jetzt sprechen mit Herrn Kaspari. Der ist der führende Mann in der CDU-CSU-Fraktion im Europaparlament. Was glauben Sie, welche Eigenschaften sollte der Spitzenkandidat haben, der ja auch dann hofft, Präsident der EU-Kommission zu werden? Ja, wir brauchen aus meiner Sicht für die Europawahlen einen Spitzenkandidaten, der bürgernah ist, der verwurzelt ist mit seiner Heimatregion, der zum zweiten Europa kennt, die Eigenarten in den 28 Mitgliedstaaten. Und wir erleben jeden Tag, wie unterschiedlich wir sind, wie groß die kulturellen Unterschiede sind. Und wir brauchen dringend einen Brückenbauer. Wir erleben, dass unsere Gesellschaften in vielen europäischen Mitgliedstaaten immer mehr auseinanderdriften. Wir erleben die Verunsicherung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und genau da gilt es, die Brücken zu bauen zwischen den europäischen Mitgliedstaaten, aber vor allem auch zwischen den Bürgern zu Hause und der Politik in Brüssel, die für viele, viele zu weit weg zu sein scheint. Wir sind jetzt hier in Helsinki, wir sehen die Porträts der beiden Kandidaten auch. Es ist natürlich klar, dass Alexander Stupp, der ehemalige Premierminister Finnlands, der auch viele andere Kabinettsposten hatte, Unterstützung hat hier. Er hat ja auch Regierungserfahrung. Manfred Weber war noch nie Mitglied einer Regierung. Ist das ein Nachteil? Ja, das ist ein Argument, das sehr oft genannt wurde. Ich denke, Manfred Weber ist stellvertretender CSU-Vorsitzender. Wenn er im Landtag geblieben wäre, dann wäre er heute bestimmt Minister oder mehr und hätte viel Regierungserfahrung sammeln können. Aber darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, Manfred Weber ist Vorsitzender der größten Fraktion im Europäischen Parlament. Er macht das sehr gut. Er hat breiten, breiten Rückhalt bei uns in der Fraktion. Er kennt die Eigenarten in den 28 Mitgliedstaaten. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger eben die Bodenständigkeit auf der einen Seite, die Kenntnis der Eigenarten in den europäischen Ländern auf der anderen Seite. Und da traue ich Manfred Weber auf jeden Fall zu, die Europäische Kommission zu leiten. Und wir brauchen da aus meiner Sicht eben auch dringend wieder mehr Bürgernähe und mehr normalen Menschenverstand und nicht unbedingt die Erfahrung, ob jemand mal in einem der 28 Mitgliedstaaten Regierungserfahrung hatte oder nicht. Jetzt musste der Spitzenkandidat nicht nur sich bereit halten, eventuell Präsident der EU-Kommission zu werden, obwohl das noch längst nicht festgeschrieben ist. Aber er muss ja auch die europäische Kampagne der Christdemokraten anführen. Was sind denn die wesentlichen Punkte, die da wichtig sind aus Ihrer Sicht, um wie in der letzten Wahl auch die stärkste Fraktion im EU-Parlament zu werden? Ja, wir stehen vor vielen Herausforderungen. Ich denke, das Erste ist, wir müssen dringend wieder die Brücke schlagen zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben das Problem, dass zu viele Menschen den Eindruck haben, Europa ist zu weit weg und wir kriegen gar nicht mit, was vor Ort los ist. Aber wie macht man das denn? Ich meine, die Forderung wird ja schon öfter gestellt. Auch Jean-Claude Juncker hat ja gesagt, ich mache weniger Verordnungen. Aus Brüssel sollen weniger Gesetze kommen. Das hat er, glaube ich, auch gemacht. Aber trotzdem gibt es nach wie vor ein bisschen Skepsis. Ja gut, genau das ist ja die Frage. Zum einen, wie verkaufen wir auch das, was wir machen? Sie sprechen es ja an. Die jetzige Europäische Kommission hat fast keine neuen Gesetze gemacht im Vergleich zu den Vorgängerregierungen. Trotzdem haben die Bürger den Eindruck, da kommt zu viel Bürokratie. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen dieses Europa den Bürgern wieder zurückbringen. Und wir müssen deutlich machen, dass Europa wieder ein Projekt der Bürger wird, dass wir ganz genau zuhören. Wir versuchen ja auch mit Projekten wie Sommerzeitumstellung oder dass wir eben die legendäre Gürkenkrummungsvorgabe schon längst abgeschafft haben, hier auch Zeichen zu setzen. Viel zu wenige bekommen es mit. Und deshalb ist es vielleicht auch eine Chance, genau dieser Spitzenkandidatenprozess. Wir wollen eben Europa aus den Hinterzimmern rausholen. Es darf nicht sein, dass es quasi egal ist, wer gewählt wird und ob der Bürger überhaupt wählen geht, weil die Staats- und Regierungschefs über Spitzenpositionen im Hinterzimmer entscheiden. Sondern wir wollen eben ganz genau, dass der Bürger jetzt entscheidet, in welche Richtung soll Europa gehen. Ist unsere Parteienfamilie als europäische Christdemokratie nach der Wahl hoffentlich die stärkste? Darf dann einer von uns auch Chef der Europäischen Kommission sein und schaffen wir es dann auch, eine bürgerliche Politik in Europa zu machen? Und genau das ist doch das Hauptproblem. Viele Bürger haben oft den Eindruck, die machen eh alles gleiche in Europa und wenn mir was nicht gefällt, dann müssen wir Protest wählen oder Extremisten wählen. Und deshalb gerade auch, ich freue mich über diesen Wettbewerb um die Spitzenkandidatur, weil deutlich wird, wir streiten uns parteiintern, aber wir wollen auch mit einem ganz klaren Angebot dem Wähler gegenüber treten, dass er eine Auswahl hat. Und der Spitzenkandidat, der dann Chef der erfolgreichsten Partei ist, der muss dann auch die Staats- und Regierungschefs überzeugen, dass Sie ihn vorschlagen, denn dieses Vorschlagsrecht, das haben Sie ja nach wie vor und dabei werden Sie auch bleiben. Vielen Dank, Herr Skraspare, für das Gespräch. Ich danke. Damit zurück nach Bonn. Vielen Dank.